Vorgehensweise in der Softwareentwicklung ist ungefähr so wie eine Blume malen. Wenn man eine Blume malen möchte, dann fängt man ja auch in der Regel mit dem Stiel an. Dann malt man oben dieses, wie auch immer man das nennt, und dann kommen die Blüten dran. Man vergebe mir meine Malkunst und dann kommen die Blätter dran. In der Regel fängt man eher selten mit den Blättern an, weil wenn man die nicht sauber zeichnet, vielleicht so aus Versehen, dann könnte es sein, dass man den Stiel nicht mehr so gut hinbekommt und den nicht so mit einem Fupp durchziehen kann. Und dann malt man oben den Rest dran. Der wichtige Punkt ist, dass man normalerweise damit anfängt, erstmal so eine Art, ich sag mal, das Rückgrat zu bauen. Das gibt die Hauptform an. Wenn man schon mit dem unzufrieden ist, dann weiß man schon, okay, da können wir nochmal neu anfangen. Also dann können wir noch einen Stiel malen. Ah, okay, der sieht uns ein bisschen besser aus. Und dann fängt man, wenn der Stiel da ist, wenn das Rückgrat quasi da ist, dann geht man Stück für Stück mit den wichtigsten Punkten weiter. Jetzt male ich zum Beispiel hier die Blüten dran. Der wichtige Punkt ist hier, jetzt sind noch keine Blätter dran, aber es ist ganz klar, dass das eine Blume ist. Ich könnte das irgendjemandem geben und er würde es als Blume wahrscheinlich identifizieren. Ob da jetzt Blätter dran sind oder nicht, das stört den eigentlich gar nicht. Aber man kann natürlich sagen, okay, ich will es jetzt noch ein bisschen besser verzieren, deswegen mache ich jetzt noch die Blätter dran. Ich kann auch noch vier Blätter dran machen. Und bei der Softwareentwicklung ist es im Grunde genauso. Es gibt viele Leute, die dazu tendieren, sich so ein bisschen auf die Dekoration zu konzentrieren. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt CSS, aber sich so ein bisschen zu sagen, okay, zum Beispiel, wir fangen hier oben an. Natürlich jetzt beim Malen, da hört die Analogie vielleicht auf. Es gibt Leute, die die so anfangen. Aber wenn man jetzt sowas hat, wenn man das auf die Softwareentwicklung bezieht, könnte man sagen, dass der Stil sozusagen ein Programm ist, was man ausführen kann, während der Teil hier oben nicht ausführbar ist. Und wenn es dann darum geht, seinem Vorgesetzten oder dem Team zu erklären, okay, wir sind jetzt vorangekommen, dann ist das auf dieser Basis hier schwierig. Das würde ungefähr dementsprechend wie, naja, wir haben jetzt alle Klassen erstellt oder sowas. Aber wenn es jetzt heißt, jetzt mal doch mal den Stil dazu, und der Stil soll, weiß nicht, sechs Zentimeter lang sein, dann stellst du vielleicht fest, oh, das überschreibt ja das Blatt hier. Dann hätten wir den Stil, dann hätten wir die Blume noch weiter nach oben malen müssen. Guck mal, dieser Teil hier oben, der hätte nicht frei sein dürfen. Also es kann dann gut sein, dass was nicht passt. Und man würde auch selten, wie gesagt, nicht mit den Blättern anfangen, weil dann passt ja vielleicht alles andere nachher nicht mehr. Sondern wie gesagt, erst mal das Wichtigste, das Rückgrat machen, auch bei der Softwareentwicklung. Du willst quasi eine Sache machen, die kannst du ausführen. Und wenn du dann, um mal bei dem Ding mit der Blume zu bleiben, du hast jetzt eine Software, die funktioniert, die sieht nicht gut aus unbedingt, du hast eine Webseite, die sieht nicht unbedingt gut aus, aber es ist eine fertige Webseite mit einem Kontaktformular, mit einem Registrierungsformular für User und dem ganzen Kram. Und dann, wenn du das hast, auf dieser Basis, kannst du jetzt sagen, okay, wir machen das noch schön, wir machen da noch die Blätter dran, so die Blätter dran, wir machen vielleicht noch ein bisschen Sonne rein. Also du kannst dann auf der Basis was anfangen. Aber wenn man von Anfang an sich zum Beispiel, weiß nicht, als Beispiel dann zum Beispiel bei einer Webseite sagt, man macht das jetzt super, super schön mit CSS. Aber der ganze, und dafür hat man dann zwei Monate verbraucht und dann ist nur noch eine Woche da, um den Rest zu machen. Und dann überlegt man sich, hm, es sieht gut aus, aber wenn es nicht funktioniert, dann bringt es das ja auch nichts. Und auch wieder das Team und der Vorgesetzte, wenn jetzt der Vorgesetzte fragt, der direkte Vorgesetzte ist vielleicht nochmal was anderes, dem kann man noch erklären, dass man ein bisschen Code geschrieben hat. Aber der Vorgesetzte vom Vorgesetzten vom Vorgesetzten oder der Chef der Firma, je nachdem wie groß oder klein die Firma ist, wenn der dann irgendwie einen Statusreport haben will, dann ist das schon ein bisschen schwieriger, auf der Basis zu sagen, naja, ich habe jetzt Code geschrieben und dann fragt er dich, ja, zeig mal her. Und dann kannst du sagen, ja, das kann man jetzt nicht ausführen. Das ist nur Code halt. Also der versteht das vielleicht, wenn er ein bisschen was von Code, aber der will natürlich, der freut sich natürlich viel mehr, wenn ihr sagt, okay, wir haben hier schon was, das kann man schon ausführen, da kommt schon was raus. Das sieht vielleicht schon, guck mal, das sieht vielleicht schon ein bisschen so aus, wie das, was wir haben wollen. Es fehlt noch ein bisschen. Und dann auf der Basis kann ja der Chef der Chef des Chefs auch sagen, ah, cool, dann fehlt uns ja im Grunde nur noch der Teil und dann nachher, wenn wir wollen und Zeit haben, können wir noch Blätter dran machen. Aber wie gesagt wieder, sagen wir, du hast jetzt nur das hier, dann fragt sich der Chef natürlich, okay, was ist das denn hier? Also wir haben ja überhaupt keine Form hier. Also da kann man ja nicht, kann nicht ausgeführt werden, gar nichts. Also deswegen, ganz wichtig, wir fangen an. Erst den Stil, das Allerwichtigste. Dann sorgen wir dafür, dass unsere Hauptform ist. In Englisch und in manchen Büchern oder sowas wird es oft als Make it work beschrieben. Es muss erst funktionieren und dann kannst du anfangen, es alles schön zu machen.